Es ist gut, schläfst du weiter? Also Muskulatur ist schon da, nicht ganz weg. Er hat es gerade ein bisschen gemütlich. Und dann kann man auch diese natürliche Bewegung nachempfinden. Das Wasserlaufbaum hat aber ordentlich Geräusche, ne? Ja, die Pumpe ist im Moment nicht ganz unter Wasser und dann kletchert es. Ach so. Ja. Dann kann man durchtasten, bis zu wochen soll. Er verpennt die Angelegenheit. Nein, ich nehme die Hand nicht weg, kleiner Mann.